Das Ding ist einfach! Dieser Weg! Hallo! Alles klar bei dir? Hallo Kalle! Na, alles klar bei dir? Ja, bei dir? Ich mach gerade ein Youtube-Video. Gut! Versuch mal da drauf zu gehen. Ja, wir kommen wieder in einem neuen Video. Und heute sind wir so ein bisschen unterwegs. Wir haben Weihnachtsmarkt. Wir gehen wieder durch Stadt. Wir gehen da her, hallo? Wir gehen wieder durch Stadt. Und ja... Und meine 2 Wochen-Videos laufen auf jeden Fall sehr gut. Und ist sehr chillig und so. Und ich zieh das einfach durch, Leute. Ich zieh das einfach durch. Ich mach jeden Tag ein Video. Na ja, jeden Tag. Das will ich sehen. Jeden Tag ein Video kommen. Jeden Tag. Schaut euch das morgen... Schaut euch morgen einfach mein Video an. Nächste Video und so an. Das ist hier durch die Video. Das ist wie in manchen Engel. Richtig stram sieht das hier aus. Richtig stram. Richtig stram hier. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Richtig stram hier. Guck mal, guck mal, guck mal. Hab ich ja. Hab ich ja. Hast du wohl. Hab ich ja. Auf jeden Fall. Hier ist so viel Massenberger. Andersherum. Schöne Kerzen, andersherum. Das ist so viel Massenberger. So viele Menschen sind hier. So viele Menschen sind hier. Wir hören nur viel singend. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Hier kommt eigentlich was daraus. Was sind die Leute hier? Da sieht die Ohren, die verballert aus. Ich bin nur wegen Blüten. Scheiße. Ebennistiki. Was ist er? Die beiden Jungs, da lästern. So, wir kommen wieder zurück. Und, ja. Nein, Digga, das sensiert aber. Vielleicht wollen die nicht. Scheiß drauf, Mann. Das ist nicht gut, das kommt auf YouTube. Ja, scheiß auf. Auf jeden Fall. Hallo, Kalle. Hallo, Kalle. Na, ist klar bei dir? Ja, bei dir? Ich mach gerade ein YouTube-Video. Hopp. Der trinkt wie ein Haiwan. So, meine Lieben. Sie sind durch eine Ditto. Wollte mal einen ganz großen Velo sehen. Warte mal mit. Was machst du da? Ich hab gewohnt. Ich hab so viel gemacht. Ich hab so viel gekauft. 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 Soll ich mal rausziehen? Ich hab so viel gekauft. Komm, wir gehen. Wir gehen diesen Weg. Dieser Weg. Dieser Weg. Dieser Weg. Ich kann auch nicht mehr singen. Okay. Es ist ja nicht am Spiel. Ich müsste viel damit. Ich würde alles sagen. Ich habe mich schäben, der wird zu fehlen. Manche treten dich. Manche lieben dich. Manche geben dich. Firm dich auf. Manche ficken dich. Selbst dein Segel nicht! Und wenn der Wind, dann nimmt mir jetzt alles brauche. Oh man, 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 man. So, wir gehen jetzt ganz kurz zum Freundin. Und... Ja. Wir chillen dann ein bisschen bei ihr. Vielleicht mache ich da ein Video da. Hä? Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Oh. Kann man mal so ein bisschen rumlaufen hier. Oh, schöner Weihnachtsbaum, dein Mutter, dein Mutter. Was? Tatsch, Tatsch. Tatsch, 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 Tatsch. Tatsch, 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 Tatsch. So, meine Lieben, ich mache jetzt Feierabend und wir sind jetzt auf so einem Weihnachtsmarkt raus. Wir sind jetzt irgendwo auf der Straße und ja, wir sehen uns dann morgen. Haut rein. Tschau.